ja monate willkommen zu einem neuen video von mir ja und heute habe ich für euch mal wieder das monatsupdate was jetzt tatsächlich auch schon ein paar tage verspätet kommt wir haben ja heute glaube ich schon den dritten dritten november ja ja das jahr ist schon wieder fast um das ist wirklich wahnsinn also ja ich zeige euch natürlich dann meinen monatsupdate vom monat oktober was ich mir da so gekauft habe und geht dann natürlich auch ein bisschen auf die einzelnen editionen ein und ja dann schauen wir mal was der monat november nächsten monat bringen wird aber ich glaube so viel wird es nicht werden wobei ich bin jetzt kommende kommenden sonntag bin ich ja noch auf einer filmbörse also schauen wir mal schauen wir mal was es dann wieder so wird diesen monat ja was ich auf jeden fall noch sagen wollte das mystery paket von dave was ich ja euch schon gezeigt habe beziehungsweise im video ausgepackt habe dass die ganzen sachen die ich dort drin hatte die werden nicht noch mal gezeigt da habe ich ja ein separates video dazu gemacht da könnt ihr dann auch noch mal reingucken wenn ihr wollt und ja da würde ich sagen legen wir direkt mal los mit der sache die ich mir als allererstes gekauft habe diesen monat und wo auf jeden fall gar keine gar kein weg dran vorbeiführte weil ich brauchte halt einfach diese staffel 1 von house of the dragon hier ja genau ich habe mir schaffel 1 noch von house of the dragon geholt die habe ich jetzt mittlerweile auch schon durchgeguckt und ja ich bin ja riesiger game of thrones fan geworden nachdem ich die serie jetzt durchgeguckt hatte vor knappen drei wochen oder sowas ich bin mir gar nicht sicher ich hatte da ja auch ein video zu gemacht könnt ihr auch noch mal reinschauen wenn ihr wollt zur kompletten serie game of thrones und ja wie gesagt house of the dragon habe ich mir jetzt mittlerweile auch angeschaut und ich muss sagen ich fand die erste hälfte so ein bisschen stolpernd aber die zweite hälfte die zweite hälfte dieser staffel die war wirklich sehr sehr gut und ja die ganzen zeitsprünge hier drin sind natürlich auch so eine sache ich möchte natürlich nichts spoilern für andere leute die serie noch sehen wollen ja aber alles in allem wirklich eine gute sache vielleicht nicht ganz auf game of thrones niveau aber trotzdem hier house of the dragon ziemlich gute serie und da freue ich mich dann auch nächstes jahr im juni soll nämlich schon die zweite staffel kommen dann bin ich mal gespannt wie es da in diesem universum weitergeht beziehungsweise eigentlich weiß man ja wie es weitergeht wenn man game of thrones gesehen hat aber ja sage ich mal so ein paar details weiß man natürlich noch nicht ja dann geht es weiter auf amazon gab es eine krasse aktion da waren ja diese prime deal days glaube ich und ja da gab es einige einige aktion hier mit 4k blu rays und so oder habe ich mal ein paar filme die ich sowieso in 4k in der sammlung haben wollte habe ich mir einfach mal in 4k geholt weil es halt einfach wirklich gute filme sind darunter dann zum beispiel hier the big lebowski den habe ich mir vor einiger zeit habe ich mir den im stream angeguckt und ich muss sagen ist schon wirklich ein ziemlich witziger cooler film also der musste auf jeden fall mal in 4k her weil ich hatte ihn sowieso noch gar nicht in der sammlung dasselbe auch bei gladiator ja gladiator absoluter klassiker genau wie the big lebowski beides klassiker wo ich sagen muss ich war nie der größte gladiator fan jetzt habe ich mir den noch mal in 4k geholt und habe mir den auch noch mal angeschaut weil ich fand den film immer gut aber ich fand ihn nie herausragend ja die meinung hat sich mittlerweile geändert ich habe mir den film noch mal angeschaut und ja das ist wirklich eine wucht ich sehe zwar immer noch nicht den vergleich sage ich mal von einem gladiator zu einem braveheart oder zu dem herr der ringe oder sowas das sind einfach schlachtenfilme die sind noch mal ein bisschen drüber über gladiator aber ja trotzdem top film der auch natürlich nicht in der sammlung fehlen darf wie ich finde ja dann eine sache dass da war ich wirklich jetzt seit glaube ich einem halben jahr oder sowas am hadern ob ich mir diese collection endlich mal in 4k hole und jetzt habe ich es getan jetzt kommen die blu rays raus und die 4k sind jetzt in der sammlung drin leider mit einem bisschen angedutscht hier diese ganze trilogie aber ich muss sagen wenigstens gehen die 4k discs von hier zurück in die zukunft habe ich mir geholt nämlich komplett hier in 4k und ja ich muss sagen habe ich mir jetzt noch nicht noch mal neu angeschaut werde ich mir wahrscheinlich in der weihnachtszeit noch mal anschauen die komplette trilogie da soll ja wirklich die 4k umsetzung richtig gut sein hier ist auch ein neuer dolby atmos ton drauf und soll der war auf den normalen blu rays gar nicht drauf und demnach ist das hier ein ton und ein bild upgrade und ja wie gesagt die verpackung ist hier ein bisschen eingedutscht kam von amazon habe ich aber wie gesagt günstig bekommen dann sind ja natürlich auch die ganzen 4k amoreys hier drin und ja genau zurück in die zukunft sollte man sich glaube ich auf jeden fall mal anschauen sage ich mal in 4k wenn die 4k umsetzung halt so gut sein soll ja wer zurück in die zukunft noch nicht kennt ich glaube da habt ihr noch eine riesen bildungslücke ja ganz klar und noch ein weiteres upgrade auch ein film den ich schon auf blu ray hatte aber wo ich auch die 4k haben wollte einfach aus dem grund weil ich den zweiten teil auch in 4k in der sammlung habe ja top gun hier mit tom cruise top gun auch würde ich sagen klassiker jetzt kein riesen klassiker aber top gun ist trotzdem würde ich sagen auch eine sache die für fans natürlich in der sammlung nicht fehlen darf habe ich mir jetzt wie gesagt die 4k geholt vorher hatte ich die blu ray schon in der sammlung aber ich wollte da einfach wirklich beide filme das original jetzt hier und halt auch wie gesagt top gun maverick wollte ich auch in 4k haben den hatte ich ja schon in 4k und demnach eine lange rede kurzer sinn aber ihr wisst bescheid ja und dann kam noch eine der besten vö's wahrscheinlich der letzten jahre in meine sammlung und ja da muss man natürlich einfach mal endlich sagen danke play on pictures dass ihr einfach nochmal wieder so was geiles rausgebracht habt und zwar leatherface texas chainsaw massaker 3 ja ein film der wirklich jahrelang hier nur in in offiziellen vö's ja zu finden war nämlich bootlegs und ja anders hast du diesen film nicht mehr bekommen außer du bist ins ausland gegangen und dann hattest du den film natürlich nicht mit deutscher thronspur ja play on pictures hat diesen film endlich im media book gebracht und der dritte teil von texas chainsaw massaker ist würde ich sagen einer der schwächeren der reihe gehört jetzt nicht zu den besten aber selbst die schwächeren teile der texas chainsaw massaker reihe sind halt immer noch cool für ich finde und demnach durfte nicht in meiner sammlung fehlen hier endlich mal leatherface texas chainsaw massaker 3 in der sammlung offiziell ist das schön ist wirklich schön vor allem ich liebe dieses cover ne ich liebe dieses cover hier mit äh mit der kettensäge und äh halt dieser leatherface maske ich finde leatherface sah nie so cool aus wie in diesem film und äh ich feiere das ich feiere das richtig muss ich mir unbedingt jetzt noch mal offiziell anschauen ja ja dann ähm habe ich mir noch gekauft weil ich habe euch das ja letzten monat schon gezeigt hatte ich mir äh blade runner in die sammlung geholt und zwar blade runner 2049 da darf dann natürlich hier das original äh blade runner im final cut mit harrison ford natürlich nicht fehlen ähm ja blade runner ist glaube ich auch den meisten begriff tatsächlich ein klassiker den ich noch nicht gesehen habe aber ähm werde ich mir dann demnächst mal anschauen und äh ja geht gar nicht mal so lang 118 minuten ich dachte das wäre hier so ein 150 minuten plus epos aber nö geht gar nicht so lang hier blade runner ähm muss ich auf jeden fall langsam mal gesehen haben ne ja dann kam hier äh noch eine veröffentlichung vom studio kanal die ich aber auch übers ähm play on pictures ähm über den shot bestellt habe und zwar das media book hier vor dem katzenauge und ich muss sagen das ist wirklich für mich persönlich vielleicht eines der schönsten media book cover die ich bisher so gesehen habe ähm also dieses timo wirts cover hier mit der katze das packe ich auch noch mal eben aus damit ihr das hier wirklich schön seht ähm wie gesagt in schutzfolie kommt das nicht so rüber und spiegelt wahrscheinlich ein bisschen also ich finde das ist doch wirklich absolut mega oder also ich feiere dieses ich feiere das so hart also ich finde das ist wirklich so ein schönes artwork ähm ja wie gesagt das media book habe ich mir aber nicht nur wegen dem artwork geholt ich meine das artwork ist wunderschön aber ähm ich wollte diesen film unbedingt auch mal sehen weil es ist auch eine steven king verfilmung mit kurzgeschichten und ich mag filmen mit kurzgeschichten ob es dann was weiß ich die vhs filme sind zum beispiel ähm die ganze reihe mag ich auch zum beispiel oder ähm ja wie gesagt hier katzenauge wollte ich unbedingt auch mal sehen und ähm ja dann ist hier auch noch ein tobias roman booklet dabei was ich mir natürlich auch schon durchgelesen habe und natürlich auch wieder einwandfrei und richtig richtig schön geschrieben ähm alles in allem wollte ich dann diese völ auf jeden fall in der sammlung haben wie gesagt man kriegt den film zwar auf blu ray auch hinterher geschmissen aber wie gesagt in 4k bekommt ihr den aktuell nur hier in diesem media book und ähm ja das wollte ich mir demnach halt auch mal zulegen ja ich tue eben das media book hier mir wieder in die schutzhülle rein und äh dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten film nämlich in der gleichen bestellung wenn ich das hier jetzt gerade so sehe in der gleichen bestellung kam nämlich auch noch das media book zu the ring 2 an ja genau das ring 2 media book das war schon einige monate draußen ich hatte das vom ersten teil auf jeden fall auch in der sammlung und beziehungsweise ich habe es immer noch in der sammlung aber ich wollte den zweiten teil unbedingt auch in diesem media book haben was dann halt auch von design her und sowas komplett daran gleicht ist soweit ich weiß auch eine blu ray premiere oder ich bin mir gerade nicht sicher auf jeden fall war der erste teil eine 4k premiere und der zweite teil glaube ich eine blu ray premiere demnach ich wollte das unbedingt mal haben den film habe ich bisher noch nicht gesehen den werde ich mir dann die tage mal anschauen und ja bin ich mal gespannt ob der den das niveau vom ersten teil halten kann weil ich fand das der das original also der erste teil ringu fand ich ziemlich cool und ich muss sagen der ist auch heutzutage noch ein bisschen gruselig jetzt vielleicht nicht so gruselig wie das remake weil das remake ist eigentlich noch mal ein bisschen besser aber ich mag das original ziemlich gerne von ringu und demnach wollte ich auch den zweiten teil war sehen ja dann kam ein film in die sammlung wo ich endlich gesagt habe ja wo ich gesagt habe endlich so rum genau weil dieser film brauchte unbedingt einfach eine offizielle blu ray vr weil der film sah auf dvd absolut scheußlich aus auf dvd konntest du wirklich einige szenen einfach nicht mal richtig erkennen und da war einfach eine blu ray premiere ganz ganz wichtig und zwar mondo kann die wale teil 2 ja ein kann die malen finde jetzt auch offiziell erstmals an cut ab fsk 18 in deutschland aus gekommen ist und das obwohl da eigentlich einer der härtesten kann die baren filme ist ja fand ich krass dass die ideen durchgeboxt haben bei der fsk aber ja die fsk ist halt lockerer geworden und demnach coole sache auf jeden fall dass mondo kann die wale teil 2 jetzt auch hier verfügbar ist zu dem film übrigens auch eine review gemacht ist schon ein bisschen was her könnt ihr ja gerne mal reinschauen wenn ich daran denke verlinke ich euch das video in der video beschreibung aber sonst wenn ich nicht daran denke dann schaut mal auf meinem kanal vorbei hier mondo kann die wale teil 2 genau ja dann eine bestellung von wicked vision die haben nämlich diesen monaten paar angebote rausgehauen und da habe ich tatsächlich auch ein bisschen öfter mal zugeschlagen leider ist bisher nur eine sache angekommen weil die anderen sachen bisschen brauchen wicked vision ist gerade mitten dabei die ganzen sachen zu verpacken zu ihrer neuen vö raw hat rex der kommt bei mir tatsächlich auch noch an und demnach also diese grad ein bisschen überfordert sage ich mal beziehungsweise haben einiges zu tun und sei ihnen verziehen dass da jetzt noch nicht alles ankam aber eine sache ist angekommen und zwar hier theses der snuff film zu dem film wollte ich euch eigentlich auch ganz gerne mal eine review machen wenn ihr darauf bock habt dann mache ich da auf jeden fall eine review zu und ja ist ja wirklich ein film der sich halt mit dem thema snuff film halt auch beschäftigt und aus den 90ern ist schon so als kleinen underground klassiker gilt und ja den muss ich mir einfach mal holen weil ich wusste gar nicht dass es hier von dem blu ray gibt eine offizielle ich wusste nur dass es da teure media books von gibt aber die wollte ich mir nicht kaufen weil ja ich wollte jetzt nicht so viel geld für den film ausgeben aber der war tatsächlich dann bei wicked vision in einer normalen keep case blu ray hier oder scannaro case wie die heißen war der verfügbar und da habe ich sofort ohne zu zögern mitgenommen weil den film wollte ich eigentlich schon seit langem mal sehen ja dann noch eine kleine bestellung von amazon die ich dann noch nachträglich geholt hatte zwei filme die ich da ziemlich günstig gebraucht gekauft habe also wahrscheinlich von medimops oder sowas als dritthändler und zwar hier der film pompey mit kit harrington in der hauptrolle ja kit harrington den meisten wahrscheinlich bekannt als john snow oder auch als john schnee in game of thrones ja der spielt hier in pompey eine hauptrolle mit kiefer sutherland zusammen und ja der cast der hat mich schon wirklich interessiert und dann halt noch die thematik über den vulkanausbruch hier bei pompey hat mich schon sehr sehr interessiert werde ich mir auch die demnächst mal anschauen habe ich noch nicht gesehen ja schauen ob der was kann ja dann noch ein kleiner klassiker würde ich sagen und zwar vor uns hier ein film unter anderem auch von quentin tarantino da ist ja eine teilregie von ihm in diesem film ich glaube da sind vier geschichten erzählt und die führen dann irgendwann zueinander wollte ich mir auf jeden fall mal anschauen hier four rooms kannte ich bisher noch nicht und schaue ich mir die tage mal an auf jeden fall ist der cast halt auch ziemlich cool mit tim roth antonio bandera salma hayek madonna spielt sogar mit sehe ich gerade wusste ich auch nicht krass wusste ich dass madonna filme macht oder filme gemacht hat zwischendurch mal okay aber irgendwie gefühlt jeder sänger hat mal in irgendeinem film mit gespielt haben keine ahnung ja und dann als letztes noch ein kleines media book was ich für ganze acht euro bekommen habe 7 990 kostet das ganze nämlich auf amazon und zwar hier der film tyranosaur ja das ist jetzt kein film mit irgendeinem tyrannosaurus rex nee das ist neben nach kein tierhorror nein das ist ein kontroverses drama unter anderem von paddy konzidin regie geführt und er spielt hier auch tatsächlich eine kleine rolle mit paddy konzidin ist zum beispiel auch der hauptcharakter aus house of the dragon ja der könig viseris ist er nämlich der hat hier regie geführt der hat hier auch wie gesagt eine kleine rolle olivia coleman spielt hier mit die ich auch seit der fahrer ziemlich cool finde deshalb ich schaue mal was dieser film hier kann wie gesagt ist ein günstiges media book sonst kriegst du diesen film nicht auf blu-ray und demnach habe ich aber für 7,99 zugeschlagen diese kinokontroversen media books sind ja sowieso nicht teuer also ich glaube da macht man nichts falsch ja demnach ja schaue ich mir diesen film auch mal an und bin dann auch mal durch mit meinem monatsupdate wie gesagt so krass viel kam jetzt nicht rein aber doch einiges schon einiges schon mal schauen wie es nächsten monat wird schreibt mir auf jeden fall in die kommentare was ihr euch diesen monat so gekauft habt was war euer highlight von meinen sachen die ich mir gekauft habe lasst es mich gerne in den kommentaren wissen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann ciao